Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ich habe mal wieder was gefunden bei MyLabia. Und ja, auch sehr spannend, sehr interessant, aber auch irgendwo erschreckend. Ja, da geht es um diese Kommentare, die entweder zu ihrem Witz gepostet werden, beziehungsweise wenn jemand was gepostet hat, der das wieder kommentiert bekommt. Und ja, also kann ich euch ans Herz legen. Ist natürlich aufgrund der Brisanz und der Dauer, ich musste da viel dazu sagen und kommentieren. Selbst ein Film wieder in Überlänge. Könnt ihr dann gerne schauen bei VK, bei Bitschut, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.